Über 1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Putowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich aus dem Burgpark in Kempten. Es ist wie immer noch Freitag und ich habe heute Tennis-Tag. Nein, ich spiele nicht selber, sondern ich schaue den ganzen Tag über Paris zu. Ich habe gerade gesehen, das großartige Spiel, das dann leider doch nicht so großartig war zwischen Djokovic und Alcaraz. Deshalb nicht so großartig, weil Alcaraz sich verletzt hat. Djokovic dann locker gewann und der wurde am Ende ausgefiffen, der Mann aus Serbien. Ich fand das völlig ungerechtfertigt, was das Publikum sich da in Paris manchmal erlaubt, kaum zu glauben. Ich bin so ein bisschen im Tennis-Fieber, weil gestern war ich ja in Datteln, habe ich ja schon darüber berichtet, mit Nikola Kiefer. Hier nochmal ein Bild von der Tombola-Ankündigung mit Frank Spottke, dem Sponsor des Tages. Und irgendwie habe ich mir nicht gefallen auf den Bildern und habe jetzt beschlossen, ab Montag keine süßen Getränke mehr zu trinken. Und ihr glaubt nicht, was für ein Junkie ich bin. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber Bluna, Fanta und was weiß ich, was es da alles gibt. Malzbier, das sind so meine Getränke. Und ab Montag niente, nichts mehr. Zehn Kilo will ich verlieren in den nächsten zehn Wochen. Ab Montag, wohlgemerkt. Heute werde ich mir nochmal was gönnen. Jetzt sehe ich gerade auch Zverev im Halbfinale gegen Rütt. Und er liegt zurück nach dem ersten Satz. Und dabei fällt mir immer ein, dass seine Freundin, Fräulein Tomala, mal Nachhilfeunterricht von mir bekommen hat. Das ist lange her. Da war ich mit Rudi Assauer und Simone in Gütersloh. Da gab es ein Fußballspiel, ein Wohltätigkeitsspiel. Und die Tochter musste irgendwie noch was erledigen, schulisch. Sie war damals, ich weiß nicht mehr genau, neun, zehn, elf oder sowas. Und Rudi und Simone haben gesagt, Uli, kümmere du dich mal darum. Ich weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnert. Aber ich habe mich sehr bemüht damals. Ob es geholfen hat, ist allerdings eine ganz andere Frage. Aber da sind noch ein paar Sätze zu spielen. Best of five, wie mir Boris gerade gesagt hat, da ist alles noch möglich. Boris kommentiert mit Michael Stach, dem Sohn des Nationalspielers von Mainz 05. Mein Gott, das hätte ich auch gerne gehabt, dass mein Sohn mal Nationalspieler wird. Jetzt stellt euch das vor, du bist Sportkommentator und dein Sohn ist Nationalspieler. Bist du da eigentlich immer am Rummeckern oder nur am Loben? Ich weiß es nicht so ganz genau. Was mir aufgefallen ist, am Nachmittag das Stadion in Paris voll. Mein Eindruck, bis auf den letzten Platz. Jetzt bei Zverev, ja, so drei Viertel voll, würde ich mal sagen. Aber es kann ja noch voller werden in Paris. Und es kann ja auch noch ein Fünfsatzmatch werden. So, das war viel Tennis. Am Freitag in der Pfalz bitte das Plakat mal einspielen, lieber Martin. Da gibt es ein Wohltätigkeitsspiel mit vielen, vielen Spielern, Ex-Spielern aus der Fußball-Bundesliga. Bevorzugt, glaube ich, Spieler, logischerweise, die alle mal beim 1. FC Kaiserslautern waren. Bitte mal einblenden, ist schon eingeblendet. Dann könnt ihr vielleicht ein paar Namen erhaschen. Und ich sage es wieder, wer nur unseren Ton hört, also es gibt ja einen Hör-Podcast und einen See-Podcast. Bitte mal einschalten auf mux.tv, M-U-X-X.tv oder natürlich auf Facebook oder auf Instagram, betreut von Tobi und Essen-Felzer. Der wird die alle kennen, die da gerade aufgeführt wurden. So, Endspiel. Champions League. Inter gegen Man City. Ich weiß nicht, wie groß das Interesse in Deutschland an diesem Endspiel ist. Das findet in Istanbul statt. Und mein, wie soll ich ihn nennen, Mitbuchautor, Wolfgang Bosbach, seines Zeichens Politiker, der hat einen Enkelsohn und Wolfgang hat einen türkischen Schwiegersohn. Fantastischer Junge. Und also der Schwiegersohn, das Enkelkind auch. Und jetzt taucht das Enkelkind im Fenerbahce-Trikot auf. Also ich zeige das Gesicht des Jungs nicht, aber das ist das Original-Trikot. Und das hat Wolfgang Bosbach erzürnt. Er, Anhänger des 1. FC Köln, sein Fleisch und Blut, klar, Enkelkind, im Trikot eines Istanbuler Vereins. Er hat ihm ein Trikot vom 1. FC Köln geschenkt und jetzt ist da wieder alles in Ordnung. Nein, der ist sehr tolerant und wenn der Vater ab und zu mal so die Urzustände ins Haus lässt, dann ist das auch in Ordnung. Ja, lustige Geschichte erzählt Wolfgang auch immer bei unseren gemeinsamen Lesungen. Also im Atatürk-Stadion in Istanbul findet das Spiel statt. Und mein Favorit ist, tut mir ja leid, auch wenn viele, glaube ich, zu Interhalten werden, Man City wird das machen. Oder? Atatürk, Geschichtsunterricht, der Begründer der modernen Türkei. Und hoffen wir, dass sie auch wieder richtig demokratisch werden in der Türkei. Oder ich will mich da nicht einbischen, bevor ich da wieder Ärger kriege von den vielen türkischen Zuschauern von Herz, Seele, Ball. Um Gottes Willen. Also Freunde, wir sehen uns wieder nach dem Champions-League-Endspiel. Und mein Tipp, Haarland, mindestens, mindestens. Vielleicht irre ich auch. Ich irre oft. In diesem Sinne bis morgen. Das war's für heute. Und we denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.